verwirrungen in deinem sein verwirrungen in der gefühlswelt weil du vieles noch nicht verarbeitet hast weil vieles deiner schubladen die in deinem unterbewusstsein sind wo immer noch nicht aufgeräumt ist diese verwirrungen stiften in deinem sein in deiner gefühlswelt große verwirrungen viele schritte die du vom schicksal her machen solltest in der klarheit sind verwirrt sind verzerrt weil dein unterbewusstsein die schubladen noch nicht sauber gemacht hat vieles hängt noch in deinem sein drin und da wir jetzt in die nächste sphäre reinkommen die ganze welt ist es umso mehr wichtig dass dein sein gereinigt wird dass deine schublade gereinigt wird dass emotionen die du übernommen hast und deinen vorfahren oder von andere leben oder vom nachbar oder von der freundin oder selbst vom fenster dass das alles gereinigt wird dass du klar ganz klar dein weg gehe ganz und die angst die angst ist ja ein großes thema du bist gefangen noch in deine angst du bist gefangen in deinem sein du machst viele schritte nicht weil du angst hast und es geht weiter die angst wird angeguckt und verarbeitet abfließe lassen und dein mut dein leben dein lebensfluss kommt und du gehst deinen weg weil dein lebensfluss nicht mehr von der angst regiert wird sondern von deinem leben also wir aktivieren den lebensfluss in denen dass man vorher die angst raus verarbeiten wir machen deine schubladen sauber und du kommst in deine stabilität und freue mich sehr dich auf diesem weg zu begleiten und du wirst danach eine gesäuberte aura haben ein gesäubertes unterbewusstsein mit den schubladen mit einer verschiedene emotionen ein lebensfluss der in deiner wirbelsäule ist ist stabil klar gereinigt und du bist vollständig